Das Verfahren gegen Alec Baldwin ist gescheitert. Aufgrund der möglicherweise zurückgehaltenen, entlastenden Beweise durch die Staatsanwaltschaft entschied Richterin Mary Marlowe Summer am vergangenen Freitag, also am 12.07.2024, im Gerichtssaal von Santa Fe den Prozess kurzerhand einzustellen. Baldwin, der wegen fahrlässiger Tötung angeklagt war, brach vor Erleichterungen in Tränen aus. Willkommen zurück zu einer weiteren Promi-Crime-Update-Folge mit mir, Friederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Im Oktober 2021, wir erinnern uns, feuerte Alec Baldwin während der Dreharbeiten zum Westernfilm Rust, bei dem er ja auch als Produzent tätig war, eine Kugel aus einem vermeintlich ungeladenen Revolver ab. Und dabei wurde die Kamerafrau Helena Hutchins tödlich getroffen und der Regisseur Joel Sousa verwundet. Und aus einem, naja, fiktionalen Western, den sie ja eigentlich drehen wollten, wurde eine echte True-Crime-Story. Und Alec Baldwin stand da im Mittelpunkt. Und wochenlang dominierten Berichte über sein Verhalten am Set und die chaotischen Produktionsbedingungen die Schlagzeilen. Es war von Wutausbrüchen, mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen und organisatorischem Chaos die Rede. Und ein Zeuge im Prozess gegen die Waffenmeisterin Hannah Guterres-Reed, die bei der Produktion von Rust verantwortlich war, sagte aus, Baldwin habe darauf bestanden, dass echte Waffen anstelle von Attrappen verwendet werden. Und Hannah Guterres-Reed wurde im April dieses Jahres, also 2024, wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Haft verurteilt. Und dieser Prozess von Hannah Guterres-Reed war ebenfalls unter der Leitung von Richterin Mary Marlowe-Summer, die nun jetzt das Verfahren gegen Baldwin eingestellt hat. Wir haben aber auch in Folge 42 und in Folge 103 ganz ausführlich darüber gesprochen, was dort passiert ist und wie der Prozess gegen Hannah Guterres-Reed verlief. Also hört auf jeden Fall gerne nochmal rein, wenn ihr es nicht schon gehört habt. Und jetzt machen wir natürlich einmal, damit wir diesen Fall Alec Baldwin so ein bisschen vorerst zumindest abschließen können, das gehört natürlich alles dazu, müssen wir einmal über das ganz Aktuelle sprechen. Nämlich, das was Fredi eben im Intro schon sagte, der Prozess gegen ihn wurde eingestellt. Und das nach nur, ich glaube es waren am Ende drei Verhandlungstage. Denn der Prozess hat gestartet am Dienstag, 9.7. und endete dann am 12.7. Also wirklich in kürzester Zeit und das hat, so viel kann ich schon mal sagen, tatsächlich alle Beteiligten sehr überrascht. Und bei diesem Prozess, das hat Fredi ja eben auch schon einmal angerissen, ging es eben genau um diesen Schuss und es drohte eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten. Also genau das gleiche wie bei der Waffenmeisterin und der Vorwurf eben der Staatsanwaltschaft, der im Raum stand, dass Baldwin grundlegende Waffensicherheitsgesetze missachtet und sich am Set rücksichtslos gegenüber seinen Kollegen und Kolleginnen verhalten haben soll. Und Baldwin, auch das haben wir schon in den anderen beiden Folgen des Öfteren betont und gesagt, dass Baldwin immer wieder seine Unschuld beteuert hatte bis dahin. Und dementsprechend war es natürlich auch irgendwo so ein bisschen, naja, also ich kann das jetzt aus meiner Sicht sagen, mich hat es auch krass überrascht, dass dieser Prozess so kurz nur ging und dass dieser Prozess auch dieses Ende hatte. Weil irgendwie alle waren sich sicher, dass Baldwin ein ähnliches Urteil eben, weil es auch genau dieselbe Richterin war, ein ähnliches Urteil haben wird oder bekommen wird wie die Waffenmeisterin. Aber man hat es gemerkt im Gerichtssaal, dass diese Wende wirklich sehr, sehr, sehr überraschend war. Einfach aufgrund der Kürze natürlich, diese drei Tage, damit hat keiner gerechnet. Und halt eben auch am Ende das Ergebnis. Und das bedeutet, Baldwin ist auf jeden Fall nicht schuldig. Der Prozess wurde quasi vor, ja, früher, als eigentlich alle erwartet haben, wurde er einfach beendet. Mit der Begründung, dass die Staatsanwaltschaft eben Beweismittel zurückgehalten haben soll. So, und das hat der Anwalt, der Verteidiger von Alec Baldwin, Alec Spiro, über den haben wir auch gesprochen in Folge 103, eben Beweise dafür vorgelegt hat, dass diese Munition, die in Zusammenhang mit dem tödlichen Schuss übergeben worden war, dass deren Existenz der Verteidigung aber nicht mitgeteilt worden sei. So, das heißt also, Verteidigung von Baldwin wusste von nichts, dass da Patronen und Munition irgendwie im Umlauf ist, die irgendwie was mit dem Fall zu tun haben kann. Und in dem konkreten Fall waren es halt eben auch diese Patronen, die waren wenige Monate vorher aufgetaucht und dann an dem Freitag, am 12.07. in einem Umschlag von der Richterin dann eben vor Gericht präsentiert worden war. Und dafür hat die Richterin sich so Handschuhe angezogen und diese Munition untersucht. Und die Verteidigung von Baldwin hat dann eben glaubhaft angebracht, dass die bis zu diesem Zeitpunkt nichts von dieser Munition gewusst haben. Und ja, genau das ist halt ein Verfahrensfehler am Ende. Und deswegen hatte die Richterin keine andere Chance, als den Prozess eben einfach zu beenden. Weil eben dann die Fairness nicht mehr geboten war und man einfach irgendwie natürlich für alle Parteien den fairesten Prozess so fair wie möglich halt eben gestalten muss. Und das war halt ein grober Fehler. Aber bevor wir weiter darüber reden, erklärt uns Fredi nochmal genau diesen Trick der Verteidigung ja eigentlich und was da genau passiert ist. Ja, also das war, ich fand es total spannend, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Alex Spiro, also es war schon ein, ja ich glaube nicht jeder Anwalt, sagen muss man so, könnte diesen Ass aus dem Ärmel auf einmal schütteln, so wie er es gemacht hat. Manche sagen sogar, es war ein ziemlich abgebrühter Trick von ihm. Ich glaube einfach, dass er einen sehr, sehr, sehr guten Job getan hat, um auch an Informationen zu kommen, um dann natürlich, ja den Fall so zu gestalten, wie er es jetzt gestaltet hat, zum Besten für seinen Fairling Bolden, für seinen Mandanten Fairling Bolden. Vielen Dank. Und so lief das Ganze ungefähr ab. Also ein Zeuge behauptete Ende März, dass er Ermittlern scharfe Munition übergeben hatte, die am Set von Rust gefunden wurde. Und das war während dem Verfahren von Henneke Terris Reed. Und die Hauptstaatsanwältin damals in dem Verfahren entschied jedoch, dass diese Munition nichts mit dem Fall zu tun hätte, da sie irgendwie sehr von den Kugeln abwichen, die am Set von Rust gefunden wurden. Also sie sahen einfach anders aus. Also hat sie gesagt, nee, die Beweise, die nehmen wir nicht mit auf, weil das kann nicht sein, dass das stimmt sozusagen. Und deswegen hat auch die Staatsanwaltschaft Alec Baldwin's Anwälte nicht über diesen Fund informiert, sondern die Munition unter einem anderen Aktenzeichen als Beweis gelistet. Und das ist ein großer Fehler, wie ihr gleich sehen werdet. Und die Verteidigung war halt natürlich anderer Ansicht, also die von Alec Baldwin, und hat natürlich gesagt, natürlich müssen diese Patronen Teil des Verfahrens sein. Und auch die Richterin teilte natürlich diese Einschätzung und stellte die Einschätzung der Staatsanwaltschaft in Frage und meinte dann, wie Nina auch gerade sagte, die Munition hätte sie vorsätzlich unterschlagen, weil sie halt eben nicht in den Unterlagen aufgeführt war. Gut, und wenn wir das jetzt einmal verstehen wollen, blicken wir nochmal kurz auf den Prozess von Hannah Guterres-Reed. Also, nach dem Todesschuss am Set vom Film Rust wurde ja die Waffenmeisterin Hannah im April in Santa Fe zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Und in diesem Prozess trat eben ein Zeuge namens Troy Tresk auf. Und das war ein Freund von Tal Reed und der Vater von Hannah Guterres-Reed. Und eben dieser Zeuge behauptete, neue Beweise zum Tod von Helena Hutchins zu haben. Doch die von Tresk vorgelegten Patronen wurden eben von Hannahs Anwälten abgewiesen, da sie nicht den am Set gefundenen Patronen entsprachen. Diese Patronen wurden auch der Staatsanwaltschaft in Santa Fe vorgelegt, die Baldwin anklagte. Und auch diese Staatsanwaltschaft entschied, dass diese Munition nicht als Beweis zugelassen werden sollte, da sie halt eben nicht mit den Patronen vom Filmset übereinstimmten. Und dann passierte der große Fehler, den sich dann der Anwalt von Alec Baldwin zunutze machte. Die Kripo-Beamtin archivierte dann die Patronen unter einer anderen Fallnummer und nicht in der Beweisakte zu Rust. Und diese Nachlässigkeit oder dieser Fehler oder diese Fehleinschätzung führte zur Niederlage der Staatsanwaltschaft. Denn die Anwälte von Alec Baldwin erfuhren davon, dass diese Patronen bzw. Beweise falsch gelistet wurden und damit in deren Augen unterschlagen wurden. Und so konnten sie dann am Freitag eben einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens stellen. Und es ist ja wirklich, also das ist ja eine reine Formsache, weil vielleicht haben diese Patronen ja auch nie mit diesem Fall was zu tun gehabt. Und vielleicht war diese Einschätzung der Staatsanwältin ja richtig, dass sie zu anders aussehen, dass sie halt nichts mit dem Fall zu tun haben. Aber diesen Fakt, dass sie es halt wirklich falsch eingelistet haben, war halt das, was die Anwälte von Alec Baldwin dann da für sich nutzen könnten, dass sie gesagt haben, das war eine Unterschlagung. Ich vermute mal, wenn sie es richtig gelistet hätten, dann hätten sie es vorgeführt vor Gericht und dann hätte man wahrscheinlich, oder hätte die Richterin entscheiden können, ob das zusammenpasst oder nicht. Und vielleicht wäre dann der Fall anders ausgegangen. Und auf jeden Fall schon irgendwie verrückt, oder? Ja, ist total krass. Und auch die Tatsache, die Tatsache, wie der Anwalt von Alec Baldwin da dran gekommen ist an diese Information. Es ist ja nicht so einfach rauszufinden. Also diese Tatsache herauszufinden, ist gar nicht so einfach. Und da wurde er natürlich auch darauf angesprochen. Und dann hat er nur halt einfach gesagt, ich habe es halt herausgefunden. Und man geht davon aus, also dass er natürlich auch, er hat ja auch Connections und er hat ja auch ein Netz an Informanten, die ja dann auch nichts anderes tun, vorher und während diesem Verfahren, halt Informationen zu sammeln und zu schauen, okay, wo ist eine Lücke? Wo haben die einen Fehler gemacht? Um dann halt genau diesen Fehler für sich zu nutzen. Und natürlich ging es dann in den Gerichtssaal nicht mehr um Baldwins mögliche Schuld, sondern halt eben um unterschlagene Beweise. Der Prozess kippte, wie Nina ja auch schon sagte. Und dann hat dann die Staatsanwältin, um sich selber zu retten, setzte sich sogar in den Zeugenstand, um dann halt ihre Perspektive zu erzählen und scheiterte ihr doch, weil die Richterin Mary Marlowe erklärte ja dann, dass die Anklage und das Verfahren eingestellt wird. Und was ich hier echt wichtig finde, nochmal zu betonen, ist, dass der Prozess oder die Einstellung dieses Prozesses erfolgte aus verfahrenstechnischen Gründen. Und die eigentliche Schuldfrage zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung von Alec Baldwin wurde halt eben nicht juristisch geklärt. Er ist zwar freigesprochen und schuldfrei, aber nicht, weil man rausgefunden hat und diese Schuldfrage klären konnte, sondern weil sein Anwalt ein sehr, sehr guter Anwalt ist und diesen Fehler halt bemerkt hat. Und was ich auch krass finde, ist, dass auch immer noch nicht die Frage irgendwie beantwortet werden konnte, wie überhaupt diese scharfe Munition an Z. Also diese Frage, die wir uns seit dem Vorfall 2021 alle stellen, ist immer noch unbeantwortet. Und das ist irgendwie ja so ein bisschen unbefriedigend, finde ich, für alle Parteien, vor allem natürlich für die Angehörigen von Helena Hutchins. Wie du gerade schon sagst, das war also Prozess kippte und Verfahrensfehler wurde jetzt quasi mehr oder weniger eingestellt. Und die Reaktion von Alec Baldwin war ähnlich wie die von uns allen, wahrscheinlich nur in seinem Fall natürlich viel intensiver. Er brach im Gerichtssaal in Tränen aus. Das war super emotional natürlich. Noch während die Richterin gesprochen hat, hatte er ja schon Tränen in den Augen. Dann hat er seine Brille so abgesetzt, mit einer Hand so vor die Augen geschlagen, um sich so ein bisschen abzuschirmen und wahrscheinlich auch die Tränen zu unterdrücken erst. Dann hat er den Kopf gesenkt und als dann das Urteil gesprochen wurde, hat er sofort seine Anwälte und seine Ehefrau Hilaria Baldwin umarmt und ja dann eben als freigesprochener Mann kurze Zeit darauf eben das Gebäude verlassen. Und seine Frau wurde natürlich auch darauf angesprochen auf diese Zeit, weil das war natürlich eine Achterbahn der Gefühle auch für ihn und seine Familie. Keiner wusste, wie es ausgehen wird. Und irgendwie, ich meine, wir erinnern uns, nach der letzten Folge hatten wir das auch bei Instagram gepostet. Er wurde auch ständig auf offener Straße damit konfrontiert. Also Leute haben ihn angesprochen und alle haben ihn irgendwie damit in Verbindung gebracht. Natürlich, klar, war passiert und irgendwie jeder hat es mitbekommen. Aber das ist natürlich auch nicht so leicht für ihn und seine Angehörigen gewesen. Und so sagt Hilaria dann auch eben nach dem Urteil, es war sehr schlimm für ihn. Wir sind alle so erleichtert. Es war eine harte Zeit für uns alle. Und ja, irgendwie diese harte Zeit. Ich habe zwischendurch mir immer die Familie angeguckt. Die haben ja auch, ich glaube, acht Kinder zusammen. Oder irgendwie auf jeden Fall eine ganze Horde an Kids, die zwei, Alec und Hilaria. Und die haben dann immer wieder, oder sie vor allem bei Instagram, ihn so auch als liebenden Familienvater gezeigt. Und haben dann auch vor kurzem irgendwie bekannt gegeben, dass im nächsten Jahr eine Doku über die Familie auch laufen soll und gedreht wird. Und jetzt gerade, und irgendwie hatte man so ein bisschen das Gefühl, die machen so eine Scham-Offensive gerade, um ihnen einfach auch zu zeigen, ja gut, wie er halt auch ist. Er ist ein Vater vieler Kinder und die wird er sicherlich alle lieben. Und ob das irgendwie vielleicht noch so ein bisschen, ja, wie so eine Art Taktik wäre jetzt krass. Ja, weil er war ja vorher, wurde er ja in der Öffentlichkeit, war er ja nicht unbedingt der Scham-Bolzen. Also es hatte ja damals keinen überrascht, dass er cholerisch gewesen sein soll am Set, dass er halt wirklich irgendwie Wut zu Wutausbrüchen geneigt hat. Das hat keinen überrascht, weil er das schon häufiger hatte, auch gegenüber von Paparazzi, die man handgreiflich geworden ist, aggressives Verhalten gezeigt hat. Also es war keine Überraschung, als die Zustände am Set rauskamen von Russ mit Alec Baldwin. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt natürlich sie halt an seinem Image arbeiten müssen, dass er halt der, was er ja auch ist, das möchte ich auch gar nicht, dass er halt dieser liebende Familienvater ist und jetzt am Image arbeiten in dem Sinne, dass sie vielleicht diese Seite von ihm noch mehr herausbringen und dass er das halt eben noch mehr der Öffentlichkeit zeigt. Und ich finde auch, ich finde es echt unbefriedigend, dass man bis heute nicht weiß, wo diese Munition herkommt. Dass damals diese Beweise unterschlagen wurden oder falsch gelistet wurden, wie auch immer. Die Richterin hatte ja sogar von Böswilligkeit gesprochen. Also sie geht ja wirklich davon aus, dass die Staatsanwältin das extra gemacht hat, extra hat falsch listen lassen und das extra halt, wie gesagt, diese Beweise zurückgehalten hat. Die Schuldfrage finde ich auch super schwierig bei Alec Baldwin, weil er trägt natürlich Schuld, das haben wir ja schon so oft gesprochen, mit den Zuständen an seinem Set. Also ich finde, er trägt Schuld, dass Fehler passiert sind und dass er ihm hätte bewusst sein müssen, dass bei einem Western, wenn ein Fehler passiert ist, natürlich auch sehr, sehr, sehr tragisch sein kann, wenn gerade Waffen im Spiel sind, dass man da besonders aufpassen muss. Ich finde, das ist grob fahrlässig von ihm gewesen, dass er das nicht gemacht hat scheinbar. Dass er da wirklich, ja, wahrscheinlich nicht nur Helena Hutchins, sondern alle am Set irgendwie in Gefahr gebracht hat. Das ist schon seine Verantwortung als Produzent, dafür zu achten, dass genau das nicht passiert. Ich glaube immer noch nicht, dass er jetzt zum Beispiel extra Helena Hutchins erschossen hat. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass er mit seinem Verhalten und mit seinem knappen Budget, dass es einfach eine Verkettung von Dingen war, die dann zu einem ganz tragischen, ja, zu einem ganz tragischen Ende kamen. Auch dass Hanna Guterres-Reed, die einfach kaum Erfahrung hatte als Waffenmeisterin, irgendwie ganz jung, direkt darauf loszulassen und so in so einem Surrounding, war vielleicht auch nicht die beste Wahl. Ich finde es auch krass, weil bei Hanna, das hast du ja eben schon gesagt, die ja schon verklagt wurde, eben zu 18 Monaten Haft, genau das, was Bolton ja auch drohte. Die hatte jetzt auch vor ein paar Wochen schon Einspruch gegen dieses Urteil eingelegt und verlangt ein neues Verfahren. Und das ist natürlich auch irgendwie, wenn du dir so überlegst, okay, also aus Sicht von Hanna jetzt. Sie wurde verurteilt für genau das, was für Baldwin auch irgendwie im Raum stand. Und bei ihm gab es jetzt so einen Verfahrensfehler. Und deswegen wurde es eingestellt, wenn du das hörst als Hanna, ich möchte jetzt gar nicht sagen, das ist falsch oder richtig oder zu Recht oder Unrecht, wie auch immer. Ich will es gar nicht werten. Aber wenn ich mich jetzt in Hennas Lage versetze und du kriegst das irgendwie mit und du sitzt da und bei ihm gab es ein Verfahren, da würde ich doch denken, boah, wie unfair. Ja, total. Ja, total. Sie würde sich wahrscheinlich fragen, warum bei ihr das nicht, also warum bei ihr kein Verfahrensfehler gefunden worden ist oder warum sie jetzt diese Strafe bekommt und er nicht. Dass sie es als unfair empfindet, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was, ob jetzt der Fall von Alec Baldwin beziehungsweise die Einstellung des Prozesses, ob das jetzt vielleicht auch nochmal Auswirkungen hat auf Hanna Guterres-Reed, auf ihren Schuldspruch. Ja, und bei Baldwin könnte es ja auch noch sein, also strafrechtlich kann er, glaube ich, jetzt, wenn ich das richtig sehe, nicht mehr belangt werden, aber zivilrechtlich könnte da halt noch was kommen. Wenn irgendwie die Familie von Helena Hutchins beispielsweise irgendwie da nochmal gegen vorgehen möchte oder so. Aber im Prinzip ansonsten, das sagen auch Experten, ist ihm dahingehend jetzt erstmal, droht ihm da nichts mehr. Und deswegen, aber ja, ich bin sehr gespannt, ob er da auch nochmal vielleicht irgendwie was zu sagen wird. Er hat ja vorab auch schon ein paar Interviews gegeben, ob er jetzt vielleicht nach dem Ende des Prozesses auch nochmal was sich da hinsetzt irgendwie und ein längeres Interview gibt. Also wir behalten das natürlich im Auge. Dann wird er 100 Prozent. Ja, ne? Glaube ich auch. Klar. Wenn er schon eine Show macht mit seiner Family, The Baldwin's, dann wird er das safe machen. Und übrigens The Baldwin's, ich hoffe, dass Hayley Bieber, ehemalige Baldwin, da auch stattfindet mit Justin. Und die werden ja jetzt Eltern. Dann würde das vielleicht auch nochmal richtig spannend werden. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt die neuen Keeping Up with the Kardashians sind. Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist ja auch so eine Riesenfamilie, das stimmt. Ja, wir behalten das auf jeden Fall alles im Auge. Und ja, schreibt uns eure Gedanken gerne, wie immer. Teilt eure Gedanken und Meinungen dazu mit uns. Da freuen wir uns. Und ja, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Ciao.